So, hallo und herzlich willkommen. Weiter geht's hier bei Minecraft. Da vorne fliegt ne Fledermaus einfach so über der Erde rum. Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht. Glauben. Wenn ich ne halbe Stunde mehr brauche. Ah! Ach scheiß drauf. Dann halt nicht. Dann mache ich mir jetzt extra echt mal ne Rüstung. Das Deck sollte reichen. Einmal ne Brustschutz. Keine Hose. Hose. Ähm. So, den Creebo-Kopf. Den setzen wir. Mit. Setzen wir. Das Haus. Einmal anziehen. Ich hab noch gar nicht geguckt, was für Rüstungen... Es gibt, ah, okay. Wurde gar nicht mehr länger suchen. Es gibt, äh... Mondialo Power Suit. Das Ding ist einfach der Hammer. Wenn man halt die Rohstufe dafür hat. Aber ich glaube, die habe ich nicht so schnell dafür. Gibt's das auch... Das gibt's auch... Flux-Infused Rüstung. Die ist auch richtig Hammer. Aber da brauchen wir halt... Ähm... Erstmal braucht man... Ähm... Genau. Elektrum. Und das muss man mit... Mit... Ähm... Redstone vollpumpen. Und dann erhalten wir zwei Barren. Das geht eigentlich. Kann man eigentlich... Ziemlich schnell erstellen. Die hier Dinger sind teuer. Die bauten wir... Auch nicht so teuer. Was denn aufzuladen wahrscheinlich? Ja... Ich habe... Da brauchen eine Schweineladung Energie. Von dem her, das wird dann... Später mal ein Ziel. Jetzt wollen wir erst mal da hoch. Äh... Für das haben wir ja eigentlich... Bledermaus wollen. Aufladen. Bisschen rauszoomen. So weit weg. Ja. So. Da ist schon ein blauer Slime. Komm her. So. Da haben wir schon mal zwei so Popel. Denen brauchen wir jetzt noch einen richtigen Haufen. Das hier ist... Purple Slime. Tinker. Das mache ich aus... Slime. Still. Ich brauche einen normalen Slime. Slime Block. Das ist... Warum gibt es da jetzt noch den pinken... Bauen wir mal einen ab. So. So. Was kann ich aus dem machen? Bisschen abheben. Da kann ich Slime... Okay. Hilft mir jetzt nicht arg viel weiter. Aber wenn ich die Bäume hier abbaue... So. Doink. 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 So. Mit ein bisschen Glück bekomme ich dann hier nämlich ein Setzling raus. Mit dem Setzling kann ich dann äh... das Ding anbauen. Die Bäume hier. Weil wenn die Blätter hier verschwinden... Da haben wir schon eine. Da kann äh... äh... dann Dinge rauskommen. Bisschen Glück. Fallen da dann nämlich genau. Weil der blaue Slime ist besser als der äh... als der grüne. Also nur warten bis die Bäume hier vergangen sind. Spawn hier eigentlich keine Slimes. Dann hätte ich auch mein Handbuch hier mitnehmen können. Äh... Das hier. Zum Nachlesen. Slime Crystal. Da was gendert. Slimey Mud. Das sind vier von denen. Da krieg ich eins und bollen raus. Ich brauche acht Stück. Für ein Werkzeugteil. Für ein Werkzeugteil. Das ist blau das gleiche. Gibt's da nicht. Okay. Dann brauche ich noch ordentlich einen blauen. Blauen waren glaub der bessere. Gnommeln stammen denen? Ne. Sag ich scheiße mal drauf und flieg zu der nächsten Insel. Ein bissle Glück sind da nur ein paar Slimes unterwegs. Hm. Ganz schön leer aus. Keiner unterwegs. Nix. Was ist das? Slimey Gras. Nix. N5 Baumsetzlinge. Das reicht auch mal. Aber auch keine... Keine Blobs unterwegs. Da muss ich da nur hin. Gucken, dass die Bäume hier weg gehen. So. X getroppt. Dann muss ich jetzt nämlich in dem Buch nachlesen, wie das mit der Haltbarkeit von den Slime-Tools aussieht. Ich hatte in Erinnerung, dass die ziemlich gut sind. Also dass die Haltbarkeit von denen ziemlich lang ist. Aber da dafür, ähm, sind die ziemlich langsam und blaues Holzlevel beim Abbau. Das war in der Hinsicht nix besonderes. Da ist das Viech rausgekommen. Ähm. Okay. Da geht's runter. Dass ich das jetzt auch weiß. So. Dann müssen wir uns das Buch holen. Das war... Nein, das war unten. Draußen. Genau. Hier war's. Derzeit können wir mal ein paar anpflanzen. Kann ich die hier anpflanzen? Bitte. Nein, kann ich nicht. Ich brauche wieder... Ein bisschen was dabei. Äh. Sonne geht unter. Deswegen sollte ich kurz schlafen. Kann ich aber bloß in Menschen formen. So. Jetzt kann ich auch noch kurz... Genau. Das war's. So. Wie kann ich da... ...den hinzuf... ...den hinzuf... ...den jetzt... ...vausiert. Äh. ... ... ... ... ... ... Okay, das ist ein Power Suits-Mode. Ist hier nicht dabei. Ah, den muss ich gut machen. Jetzt müssen wir den Controls dafür aussehen. Da könnte ich das mal in die Schnelleinstellung reinmachen. So, jetzt wollen wir im Buch lesen. Hier sind schön die Rezepte, wie man was baut. Dann Materialien. Faktus. Tool Duration 1.70. Das ist halt beschissen. Oder modifiere ich auch nur 0.8. Mining Speed ist 3. Äh, Mining Speed ist 7. Deswegen ist das echt gut. Das ist noch schneller. Featherrack ist auch jetzt nicht so toll. Das ist das Beste. Das wollen wir nämlich hier. 2.400 Durability. Handler Modified 2.0. Mining Speed ist beschissen. Und Stone. Mit dem her. Papier ist noch ziemlich cool. Deal. Ist jetzt auch nicht so. Ah, das brauchen wir dann auf den. Glück brauchen wir drauf. Dann. Was war das? Das Ding. Kann ich nicht. Dann kann man Energie nur draufladen. Da laufen die Teile mit, ähm, Energie statt Durability. Da kann man zusätzlich Modifier, die wir brauchen. Wie krieg ich so einen Kopf? Weiß ich gerade gar nicht. Wahrscheinlich glaube ich ein bisschen schwerer sein, an so einen hinzukommen. Jetzt, wie sieht's denn aus? Gute Sache hier drin. Haben wir das? Laserraiser. Like laserraiser. Pulverraiser. Sag mal. 10% ist so die Chance. Power Reduction 15%. Beiflebt. Ah, ok. Ah, ich bin ja gerade gar keine Fledermaus. Fledermaus 1. Dann nehm ich ein bisschen Dirt mit. Das machen wir jetzt folgendermaßen. So, da bauen wir uns jetzt keine Plattform. Ach, ich flieg jetzt nicht gleich, als ob ich, äh, auf einer Leiter stehe und das abbaue. Das ist also nix. Hey. Okay. Gerade nicht richtig scharfe. So. Das ist eine Plattform. Da werden wir dann unsere Bäume anpflanzen. Sollte ich noch ein bisschen Dreck holen. so machen. Dass ich auch schon Platz hab für die Gummibäume. So. So. 2, 3, Gummibäume. Einen brauchen wir noch. 1, 2, 3, Gummibäume. Waren nochmal. Also zwei Linien außen herum müssen wir noch machen. Dann hier ne Fackel, hier ne Fackel. Fackel und hier ne Fackel. Jetzt gerade aussehen noch mal. Was er angehört. Dann brauchen wir nächstes mal Sand für die Gummibäume. Für die Gummibäume. Das brauchen wir nicht. 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 Wir haben schon mal. Die Bäume brauche ich noch. Da muss ich dann nochmal hoch fliegen. Außerdem muss ich ausprobieren ob ich. So. Und da. Blöd. Als Fledelmaus da zu klettern so wie es aussieht. Funktioniert jetzt ganz so toll. So. Fertig. Jetzt können wir noch ein Stück pflanzen. Dann. Lassen wir halt noch mal wieder hoch. Genau. Ich will die Axt auf den Bäume ausprobieren. Vielleicht ist auch mal was gespawnt. Blauer Schleim. Ist gar nichts. Na doch ein Setzling. Blauer Boller. Da. Schön. Kein Schleim. Gerade. Die da drüben nur leer. Die Insel. Da können wir ein bisschen Sand abbauen. der Insel. Aus. Ich glaube sogar. Kennt er als Baum. Ja. Eigentlich könnten wir. Äh. Da ist besser. Was warten. Ähm. Das Buch habe ich jetzt auch noch dabei. Hätte ich machen sollen. Ähm. Was gibt es denn? Ach. Der hat auch noch Ding reingemacht. War mit Tinker. Da habe ich auch noch keine Ahnung. Ah. Das wollten wir noch machen. Dann müssen wir. Ja. Aluminium Brass müssen wir auch noch herstellen. Das ist. Dreimal Alu. Dreimal Kupfer. Das ist. Dreimal Alu. Dreimal Kupfer. Komm. Wann. Das dauert zu lang. Schneller abbauen. Nein. Ich brauche das Durability. Hier mal halt die Brust kurz. Komm. Alter. Ich sollte lande. Wie viele haben wir jetzt? Drei Setzlinge. Okay. Ich baue die Wa... ähm. Den Hammer wahrscheinlich doch lieber mit Schleim. Ganz so teuer. Vielleicht ein bisschen teuer, wenn ich den mit Blau mache. Aber... Ah. Blau müsste ich den zerbauen dann. Jetzt fünf Stück. Blaue Bollen. Ah. Dann könnte ich mal die kleine Pickaxe probieren. Genau. Hier haben wir die. Die Setzlinge haben jetzt genügend. Und runter. Hey. Da ist schon der erste Baum gewachsen. Sogar. Heißt Axt rein. Und runter. Da war es auch noch. So. Landeanflug. Brumm brumm brumm. Und... Was soll das jetzt eigentlich, dass der so ein Block dazwischen ist? Dann halt so. Ich hab Dreck. Ich hab Sand. Das heißt Einkommen. Jetzt einmal hoch. Den hier. Den hier. Den hier. Den hier. So. Ein Hammer. Na. Scheiß leider laufen. So viel Gold. Okay. Dann brauchen wir einmal ein Holzboller. hier. Halt. Ich weiß mit was ich den jetzt brennen. Wo ist niemand grobe. Steine haben wir auch ganz viel. Und unten rein. Der kommt oben rein. Der kommt oben rein. So. Dann brauchen wir keinen Sand und keinen Dreck grad. Dann brauchen wir einen Obsidian. Einen Kabel. Einen Kabel. Einen Kabelstone. Schlecht. Jetzt regt mich die Leiter bitte auf. Dann haben wir jetzt eigentlich das. Einen kleinen Egel. Einen kleinen Egel. So. Das heißt einmal das rein. Dann der Kopf soll aus. Dem sein. Der Stiel soll aus. Obsidian sein. Und der Stiel soll aus Lime sein. Keine Ahnung ob das gut ist. Das sehen wir jetzt gleich. Eigentlich sollte jetzt erstmal ins Bett gehen. So. Picker Kopf. Fertig. Ein Iron Speed Level 262. Mining Speed 8. Bonus 4. Wenn's Don't Bounce. Slimy. Und Rain falls. Ja. Nehmen wir. Ab ins Bett. Kripte zu. Zurück morfen. So. Falsche Taste. Schnell schlafen. Ah da ist ein Creeple gespawnt. Das heißt. Wir haben gegenkleber wieder in. In. Plattform. Jetzt. Ich brauch nur neue Truhen. Was sind die Creeper. Da ist schon. Ja. Boing. Ja. Boing. Ja. Boing. Ja. Boing. Ja. Boing. 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 Ja. Bob. Boing. Ja. Boing. Lapis, die ja. Blöcke draus. So, dann einmal so. Wie funktioniert das? Zehn drauf. Das machen wir gleich weiter. Dann haben wir einmal das drauf und dann haben wir den noch drauf. Dann haben wir eine Ausdauer von Effective Durability 762. Wegen Reinforce 3 können wir dann 1088. Mining Speed ist 4,8 Grad. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Zwei mal. Alles drauf, alles rein. Schon mal ordentlich Glück auf der drauf. Speed können wir dann noch voll machen. Alsoу, dass das jetzt so geht. Jeff 92. Dann nes brauchen wir net, nes brauchen wir net, nes brauchen wir net, nes brauchenres, nes brauchenres, nes brauchenres zu. Neue Truhen! Ehm… Einmal... einfach. So. So lange bis es noch mehr geht. So, jetzt noch mehr gehen. Genau. Letzte Runde und fertig ist's. Dann kann man alles... nein. Passt nicht mehr rein. Das ist eine Truhe. Ja, das sind zwei Truhen. Muss ich mal... Moment. Gibt's erstmal eine Suppe. Gibt's erstmal eine Suppe. Dann... Einmal auffüllen. So. Machen wir ein Kischen. Dann haben wir hier ein Lager auf den Pilz. Hier kommt noch eine Fackel. So. Dann brauchen wir jetzt Holz. Muss ich nochmal eine Pickaxe ausprobieren. Speedhammer. Acht. Mining Level ist Obsidian. Stonebound Bonus kriegt man 1,63 drauf. Bis... wir sind schon bei 40 und 1. Mit der Handshutthälfte. Der Hammer ist fast genug. Egal. Bessere Axt sollte man vielleicht... ...bauen. So. Achtmal Holz. 12. 12. Gerade. 23. Keine gerade Zahl. Falls das Wort Falsche... Eigentlich das Richtige aber... Das erste Mal jetzt noch hier... Überall... Ne. Beide wieder drauf... ...setzen. Beide setzen. Na komm. Da. Könnte ich vielleicht auch noch bissle umbauen, dass das besser läuft. Da nicht. So. 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 Können wir noch ein paar Truhen. Jetzt können wir noch ein paar Truhen abahnden. Verschwindet der eigentlich auch? So. Muss ich halt kurz mal hier warten. Irgendwas bekomme ich ins Inventar. Außer unter Gummis. Ist auch nicht. Ich muss die Droprade hier beschissen. Da muss ich mir auch noch ein gescheites Schwart machen. So. Äh. Ein Cutlass. Was brauche ich da dafür eigentlich? Cutlass. 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 Da brauche ich den Fullguard Pattern. Der hat Stonebound. Drei Herzen. Da müssen wir jetzt halt erstmal alles zusammen finden. Hey. Na komm. Oh. Was ist denn ein Zeppling abbaut? Lassen die hier keine Setzlinge fallen oder was? Doch. Die vergehen aber auch so ganz langsam. Ist auch nicht so toll in denen. Und ich hab auch keinen Vaneminer drauf. Also vergehen sie nur langsamer. So. Zwei Stück hätten wir. Ja. Und Schleimhammer. Gar keinen Hammer rauskriegt. Doch. Ein Hammer. Aber wir brauchen nur zwei Setzlinge. Na komm gib mir zwei Setzlinge. Okay. Bis ich da den guten Hammer bauen kann. Na komm. Nein. Das war's falsch hin. Okay. Doch. Ja. Jetzt haben wir einen. Na komm nochmal einen. Da. Hier Schmitte. So. Sogar vier. Das heißt nochmal einen. Von acht. Genau acht Stück brauchen. Was ich jetzt noch machen kann. Ist. Hier haben alle keinen Strom mehr. Ja. Ich kann hier sowieso alles mitnehmen und die Nitronen umpacken. Deswegen. So. Dann. Kräfte hier rein. Kräfte hier rein. Kräfte hier rein. Ja. Einmal hier das Zeug rein. Da fliegen schon wieder Dinger umdrehen. Beide Dinger. Naja. Gehts grad eigentlich nicht. Aber egal. Alles mal rein. Dann. Die Tische. Die muss ich. Dafür die brauche ich noch ein Ding. Ein Raum wo ich die wachsen lassen kann. Dann. Ist nützlich. So. Jetzt ist die Tafel. Ach. Genau. Jetzt halte ich auch noch Dingsets Länge. Kann ich ausprobieren ob. Kühe. Ob ich die Kühe hier mit Ding fortpflanzen kann. Muss ich aber auch wieder eine gesonderte Farm aufbauen. Weil. Auf dem Miscellenium wächst ja nichts. Und das verbreitet sich. Jetzt halte ich ja auch das Zeug. So. Dann. Wunder bitte. Hello is murder. Da kann ich dann. Ach. Da kann ich. Genau. Da kann ich. Out drei. Zinn. Und ein Kupfer rein. Muss ich doch eigentlich auch den rauskriegen. Das wollte ich. Genau. Aluminium brass heißt es. So. Jetzt. Erstmal eine Runde Ding. Einmal der Hammer reparieren. So. Zu viel. Naja. Der Stein dabei. Genau. Dann. Diche baue ich ab. Gestalt das Teil mal hier hin vorläufig. Das ganze Zeug verschwindet. Jetzt. Das sieht doch schon gut aus. Kann man den Baum abbauen. Ja. Wenn ihn nicht als Baum anzieht. Erstmal einen neuen hin. Ah. Zwei Stück. Brauchen. Ganz ins Deck voll. Kann dauern. Die Bäume sind auch nicht gewachsen. Andere Zeug fliegt uns jetzt auch die ganze Zeit in den Ohren. Sieht jetzt aber doch schon richtig gut aus. Oh. Den hätten wir auch noch reparieren. Auch noch reparieren. Spad. Ja. Warte. Oh jojojojoj. Warum gar noch zu viel. Genau. Dann mein zweites. Dann nochmal ein tragbares. Tragbare Handwerkskiste mit. Dann gehen wir jetzt ins Bett, so, Tür zu, ich kann immer auf eine Pen verwandeln. Aber jetzt geht's. Ui, das spawnt aber ordentlich was. Und dann sollte ich den Clawstone zersägen. Könnte ich, ähm, bei all hier Nux hinlegen. Was? So, äh, der von Hut auch. Woffen? Ich will den Hut. Ey. Ich will den Hut haben. Was hab ich da gekriegt? Super hard. Alter! Das wird schlecht. Was kann ich aus dem machen? Ja, Witchrope. Okay. Gunpowder, Frozen. Wir sind doch nicht bei LOL. Naja, mal abwarten, für was ich das verwenden kann. Äh, wie weit sind wir denn? Wir sind schon wieder bei 34 Minuten. Können wir das ganze Zeug noch in die Truhe packen. Frozen, Frozen hard. Aber da brauchen wir ein Ding dafür. Ist ein bisschen arg teuer. Neun Hammer schon, also zwei Hammer schon. Von acht für den Hammer. Also es geht auch vorwärts. Dann ein Dia. Äh, Obsidian brauchen wir acht Stück. Das wird dann schon. Da brauchen wir aber endlich mal ein Emerald. Die habe ich jetzt immer noch eingesetzt. Dann kann man nächste Folge mal eine Farming-Folge machen. Nur der Mine rumhocken. Weil wir brauchen auch... Ja, wir brauchen auch Kupfer. Äh, nicht Kupfer. Das ist unsere Rohstoff-Truhe. Oh, das passt schon. So. Sopran. Das muss hier nur unten rein. Das kann ich aus Cinnabar machen. Schmelzen, Redstone. Hallways, Melch, Redstone. So. Damit wären wir jetzt fertig für heute. Dann bedanke ich mich hier fürs Zuschauen. Dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss.